Musik Irgendwie hält sich das alles in Grenzen. Mit dem Ruckeln und allem drum und dran. Ich bin da nicht so ganz zufrieden. Naja, werde ich dann in der Aufnahme sehen. Gucken wir dann. Also ich bin bei knapp 98 FPS. Ich weiß nicht warum. Beim letzten Mal habe ich alles auf Ultra gestellt und es gab keine Probleme. Jetzt auf einmal bin ich bei mittleren Einstellungen. Und irgendwie OBS hat Props. Keine Ahnung. Gut, wollen wir einfach mal weitermachen. Ändern kann ich da ja eh nichts dran. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo was drin ist. Aufträge. Das Mädchen aus Ouagadou. Die Nettie. Hatte mich gebeten, sie in einem Dorf namens Lower Hockfield zu treffen. Südlich von Hogwarts. Ich sollte sehen, was sie möchte. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Gut. Benötigte Stufe 3. Mache ich erstmal das hier, würde ich sagen. Obwohl, hier gibt es auch mehrere Sachen. Der Club der gekreuzten Stäbe. Finde ich immer noch ein bisschen lustig. Regelmäßig am Uhrenturm. Da sollte Luca Deppi finden. So, wollen wir mal gucken. Ob ich diesen Halunken finde. Ich bin die Stimme von meinem Charakter immer noch komisch. Hä? Das Ding hatte mich doch... ...noch eins runter. Also. Damit ich dann auf der anderen Seite wieder hoch kann, oder was? Wenn ich einfach runterspringe... ...wird ich eigentlich mal testen. Geht das? Ja. Dü, 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 dü. Das ist schon interessant. Also bei so einem Zauberspiel hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da springen, ausweichen kann und so ein Kram. Finde ich. Also an sich, ne? Wie, ich muss Schlösser knacken. Was ist denn hier los? Hä? So, was haben wir denn hier? Stupor? Warte, 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 warte. Nein, das wollte ich doch nicht. Nein, das wollte ich doch nicht. Lovas. Schon wieder falscher. Es gibt doch irgendwo... Das ist doch irgendwo... Levioso, ja. Das ist der... Dingsbums. Lumos. Ah, Rätsel zu lösen. Okay, Lumos war schon richtig. Das brauche ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen... ...ist nach oben. Und legend. Gut, das passt schon. Dann will ich mal gucken, ob ich dem Club der... ... ...auf dem Club der gekreuzten Stäbe was machen kann. ... ... ... Ich weiß nicht, was da... Hallo, Justin. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man Hogwarts Legacy läuft. Ist da irgendwas? Ja, meine Rechner zu einem, ob ich den ausreizt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Ja, das werden wir sehen. Ich gucke mal. Aber ich glaube, ich muss hier noch mal ein bisschen runtersetzen. Ah, nimm mal die Nanny mit. Äh, die Natti. Warum sind da so viele? Äh, durchbrich rote Schilde mit Schadenszaubern, wie Feuer. Ja, okay. 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 Es sind vier Leute. Das ist unfair. Mach ich gerne. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass es so viele sind. Ach so, ja. Ich muss erst nochmal fortfahren. Äh, Zielanvisierung. Ja, es bringt ja halt nichts, wenn du irgendwie von vier Leuten zusammen angeschissen wirst. Das ist doch dumm. Grüß dich, Justin. Guck mal, ob ich irgendwie da rüttel, aber... Und ich bin eigentlich dabei. Und du bist zum Lich. Und du bist dann mit der ganzen Rage. Ja, aber ich bin echt bei dir. Und du bist dann mit der ganzen Rage. Das ist doch voll gemein. Ich hoffe, dir geht's gut, Justin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube, keine Ahnung, was der jetzt macht, aber... Das ist ein Bug. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Ich hatte eine... Ja. Doch, ich hab dreimal verkackt. Zweimal. So. Das ist schön. Warum hab ich so eine Roboterstimme? Also hier, ähm... OBS ruckelt einfach so extrem gefühlt. Das ist... Was ist denn da los? Ich will mal was gucken. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es eine andere Einstellung. Wir haben ja... Die ändern ja immer was. Das ist ja das Problem. So, was... Gibt's so was wie randloses Fenster? Perfekt. Hm. Warte mal. Hochskalierungstyp. Kann ich da noch was anderes nehmen? Nee. DLS bin ich eigentlich glücklich. Meine Grafik... Jetzt läuft's flüssiger gefühlt. Ein bisschen. Okay. Vielleicht hat der auch einfach... Ja. Jetzt läuft mein Rechner definitiv flüssiger. Naja, fast. Aber warum... Verstehe ich nicht. Gut. Ist ja jetzt auch erstmal... Egal. Ähm... Übung. Sprich mit Luke in der Club der... Keine Ahnung. Ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Achio. Ins Händen. Mediose. Gut so. Ah. Achio. Mediose. Okay, 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 okay. Erstmal laden lassen. Okay, das wird richtig knüffelig. Gefällt mir. Gefällt mir. Also das ganze System liebe ich. Achio. Komm schon. Ich konnte nicht früher mein Ziehen machen. Wie dumm ist das denn? Die Kombination ist übel. Übel, sag ich dir. Übel. Ich bin bei dir die Übertragung, Justin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also recht okay. 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 Irgendwie ein wenig komisch. Weil bei mir ruckelt OBS so extrem. Mir geht es ja nicht darum, ob es recht okay ist. Mir geht es ja darum, ob es ruckelt oder nicht. Also bei mir halt nicht, ne. Ich bin bei. Hier oben links. Bin ich bei 150 FPS. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Muss ich mir gleich mal die Aufnahme angucken. Und dann schaue ich mal, ob ich das Spiel weiterspiele. Wenn das jetzt mit der Aufnahme zusammen ruckelt, dann hat OBS irgendein Problem. Da will ich aber jetzt eigentlich auch nicht wirklich weitermachen. So, die Aufnahme ist jetzt mal beendet. Vielleicht war das das Problem, aber eigentlich... Nee. Da hat sich gar nichts geändert. Ob nun Vollbild oder nicht. Das ist weird. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich das einändern soll. Das ist es. Beatles. 這邊. So, vielleicht sollte ich nicht so viele FPS raushauen, wie ich kann. Weil mehr als 100 eigentlich hat sich in meinen Augen bei OBS nichts geändert. Naja, wie war dein Samstag? Gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Unterricht am Tag beginnen. Mein Samstag war relativ still heute. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. So. Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht am Tag beginnen. Bin um 12 Uhr ge... also nicht viel, okay. Ja, bei mir ging es. Mich hatte die Anna um 10 Uhr wachgeschrieben. Dann wollte ich mal durch die Stadt. Wir haben uns dann doch nicht mehr getroffen. Ähm... Diesbezüglich war ich dann noch allein in der Stadt, weil eigentlich wollte ich mir noch mal ein paar Air Force holen. Aber das hat ja nicht so ganz funktioniert. Weil meine Schuhgröße nirgends mehr vorhanden ist. Das ist ja mal wieder herrlich. Weißt du, die Air Force gibt in 3... 42 und in 44. Aber... habe ich schon noch eine Pizza geholt und nur die Hälfte gegessen. Naja. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was Sie... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Hä? Egal, ich habe es trotzdem geschafft. Ah, ich muss das Steuerkreuz gedrückt halten. Okay. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Welche Puppe? Da. Interessant. Okay. Das war es schon. Wirklich? Weird. So, Unterricht heute Kräuterkunde oder was machen wir denn? Wollen wir die Nettie besuchen oder wollen wir Kräuterkunde machen? Ich muss zum Kräuterkundeunterricht bei Professor Garlick. Garlick. Oder Garlick, wie Knoblauch. In den Gewächshäusern. Oder Nettie O'Neill hat mich gebeten, sie in dem Dorf, in einem Dorf namens Lower Hawksfield zu treffen, südlich von Hogwarts. Ich sollte mal sehen, was ich möchte. Können wir ja gemeinsam mal ein bisschen abchecken. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, voll schlimm, ne? Reuter. Bin ich mal gespannt. Ist das immer noch so rucklig? Ich finde das irgendwie gerade ein bisschen gruselig. Bin am überlegen, ob ich das vielleicht mit OBS aufnehmen soll, wenn sich da was geändert hat. Aber eigentlich, ich kann es mir halt nicht vorstellen, was da los ist. Warte mal, wo muss ich denn lang? Muss ich hier hoch oder muss ich hier runter? Kann ich da nicht runterspringen? Ah ne, das ist zu hoch. Wollen wir mal zu dem Kräuterkundler gehen? Ich hoffe nur, dass der Rest nicht so rucklig ist, dass es nervt, weil das wäre nämlich schon echt komisch. Warte mal. Hier war doch irgendwo was. Warte mal, da gab es ja noch einen anderen Zauber. Der irgendwas enthüllen soll. oder Rätsellösen, für die ein zugängliches Licht benutzt wird. Haben sie den rausgenommen? Rätsellösen, den habe ich gesucht. Gut. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss hier runter. Ich muss ja schon sagen, ich würde so gerne hier wohnen. Einfach alles für mich allein. Einfach hier so mein Garten. Oh, die ist ja süß. Entschuldigung. Ist voll lieb. Hallo. Ja, das ist voll lieb. Die lebt ihr Leben. Aber warum ist es jetzt so ruckelartig? Sobald eine Dingsbums, sobald eine Hatzin kommt, ruckelt sie wie Sau. Ich sehe es, Justin. Aber es ruckelt richtig. Nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen sie ihre Alraune an den Ranken und ziehen sie kräftig. Jetzt geht's bei mir gar nichts. Jetzt ist die OBS bei mir abgestürzt. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Jetzt geht bei... Jetzt ging bei meinem OBS gar nichts mehr. What the fuck ist da los? Was macht das Spiel jetzt so kaputt, dass ich es nicht mal mehr aufnehmen kann? Das ist doch eine Grausamkeit. Aber warum? Weswegen? Desktop verstehe ich. Fensteraufnahme ist in der Regel... Ich will mal was probieren, wenn ich das wegmache und Hogwarts Legacy als Spielaufnahme benutze. Oder als Fensteraufnahme. Funktioniert das? Ich habe da eine ganz komische Vermutung. Ich glaube... Hogwarts Legacy nimmt als... Für die Videos... Ein anderes Fenster oder irgendwas aufgeplopptes. Und mit OBS richtig Probleme hat. Weil als Fensteraufnahme kann ich das gar nicht machen. Und sobald OBS... Was ist das für eine Fensteraufnahme? Was ist das für eine Fensteraufnahme? Ich kann auch nichts mehr bearbeiten. Irgendwas blockt OBS selbst. Ich will mal was probieren. Ich beende mal OBS. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. mg- b wir sehen uns später. Der L Vielen Dank.